Ich weiß ja nicht, welche Haustürklingel Sie zu Hause haben, aber vielleicht ist sie zu schrill oder Sie mögen sie gar nicht oder es ist ein Ding Dong, was Sie nicht mögen, kann ja alles sein. Mittlerweile gibt es ja Klingeln auf dem Markt ohne Ende, kriegt man in jedem Baumarkt mit 25 Melodien und alles sowas. Ich weiß nicht, da lässt man sich eigentlich zu wenig einfallen. Pearl TV hat sich was einfallen lassen. Wir haben nämlich eine Haustürklingel, meine Damen und Herren, da werden Sie staunen, was man damit alles machen kann. Wenn Ihre Freundin zu Hause sitzt und die hat Geburtstag, dann könnten Sie vorher was installieren. Dann klingeln Sie und die Freundin sitzt zu Hause und hört Happy Birthday to you, ist das nicht toll? Und solche Sachen haben wir hier, meine Damen und Herren, eine Haustürklingel, unverwechselbar. Kai! Ja, weiter, haben wir da, ganz genau. Wir haben für Sie, liebe Zuschauer, eine MP3 und WAV-fähige Klingel. Das bedeutet also, ich kann diese Klingel so konfigurieren, wie ich sie zu Hause brauche. Und ich kann auf dieser Klingel bis zu 12 Minuten Klingelton aufnehmen. Du hast vorhin so eine ganz süße Idee gehabt, und zwar war das, was war das noch? Zum Valentinstag können Sie natürlich auch was vorinstallieren, einfach nur über Laptop oder Computer. Und es könnte, dann sagen Sie einfach, sprechen Sie drauf, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und das 12 Minuten, da wird die wahnsinnig, ne? Könnte natürlich sein, dass sie dann aber auch nicht mehr zur Tür reinkommt. Also einfach draußen Klingeln, und sie ist dann in der Wohnung zum Valentinstag, und dann können Sie genauso gesagt, oder ich bringe dir einen Blumenstrauß, ich knie nieder, willst du meine Frau werden? Alles sowas. Alle diese Möglichkeiten hat man, und es geht völlig einfach, weil ich habe die Software, die ich dafür benötige, habe ich auf der Klingel komplett mit drauf. Das heißt, ich verbinde einfach nur die Klingel. Was sehen wir hier? Die wir hier sehen, mit einem USB-Kabel, mit einem handelsüblichen Laptop oder PC, dann geht ein kleines Bedienfenster auf, und das wollen wir vielleicht auch mal zeigen. Und das ist jetzt die ganze Software, die auf dem Gerät drauf ist. Ja, ich kann da kaum, weil das sind viele bunte Punkte. Dieses Menüfenster, was wir jetzt hier haben, zeigt einfach hier unten, hier habe ich die ganzen Melodien drauf, die ich mir einfach aus meiner Musikdatei, die ich auf dem PC habe, draufziehen kann. Das ist das Tolle, wenn Sie also Lieblingsmelodien haben, oder Lieblingslieder überhaupt, dann können Sie die alle draufladen, das ist nämlich kein Problem, meine Damen und Herren. Also Ihre Sounds da drauf, eingebauter Lautsprecher, ist natürlich klar, beliebigt oft wieder bespielbar, Sie können also immer wieder was Neues drauf tun, jetzt wollen wir auch was hören, endlich. Aber gerne, ich habe nämlich auch was Lieblingsmusik von mir draufgespielt. Ah, da bin ich mal gespannt. Das ist einfach mal ein Beispiel, Radetzky Marsch, also ich kann wirklich jede Musik, ich kann jeden Ton, ich kann es zum Beispiel auch selber besprechen, wie Walter das gerade eben schon gesagt hat. Ich kann zum Beispiel auch sagen, keine Ahnung, wenn der von der GEZ kommt, nein. Also es gibt jede Möglichkeit, da was zu machen und Sie haben zwölf Minuten Spiellänge und das ist für alle gängigen Klingelanlagen, weil Sie müssen einfach bloß den Klingeldraht... Oh, guck mal, Födelchen, das geht natürlich auch. Das ist für Naturliebhaber auch sehr schön, die können man eben mit solchen Sachen, ich kann zum Beispiel röhrenden Elch auch mit drauf machen, also ich sage, Hundebellen, Katzen, alles was möglich ist. Und es ist einfach, wie gesagt, völlig einfach zu installieren und kostet ein kleines Geld und ich kann es ganz einfach mit der normalen, anstatt der normalen Klingel, stecke ich das einfach ran. Keine nervige Klingel mehr, Sie können genau das draufpacken, was Sie gerne möchten und zu Weihnachten zum Beispiel Jingle Bells, Jingle Bells, la 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 la. In diesen nervtötenden, in diesen modernen Bauten, diese äh, fürchterlich, also das sind so Klingel, wo ich auch sage, wer lässt sich sowas einfallen und hier haben wir einfach die Möglichkeit, flexibel zu machen, was wir wollen. Also einfach USB-Anschlüsse, meine Damen und Herren, für PC und zwei Kabelklingeln, Sie dabei mit Klingeldraht und alles, also für den Klingeldraht einfach reintun. Einfach anschließend an eine normale Klingel. Passt also eigentlich, passt an die Klingelanlage. Überall, ja, also ganz einfach installiert. Spiel doch mal ab. Soll ich nochmal abspielen? Ja, bitte. Muss ich über einen L'Oreal denken. Genau, also wie gesagt, das ist nur ein Beispiel an Musik, Sie können ja auch, keine Ahnung, von jeglichen sonstigen Künstlern was draufspielen, Ihre ganze Lieblingsmusik. Und zwölf Minuten ist eine ganze Menge, wenn es um eine Klingel geht, also insofern haben wir alles drauf, was wir brauchen. Und wie gesagt, besprechen können Sie es natürlich auch mit Ihren Worten, wenn Sie jemanden nicht mögen, dann sagen Sie es einfach drauf. Zum Beispiel, zum Beispiel, besprechen mit, hallo, ich bin deine Türklingel. Willkommen in unserem bescheidenen Heim. Also, ich habe alle Möglichkeiten und das ist eine witzige Sache, es ist auch als Geschenk, finde ich es total klasse. Ja, finde ich wunderbar. Wenn jemand zum Beispiel umzieht in eine neue Wohnung, dass ich ihm einfach sage, herzlich willkommen zum neuen Einzug, einfach was drauf spreche. Also ich kann es ja in so vielen Möglichkeiten nutzen. Statt Brot und Salz bekommst du von uns eine neue Klingel, wo du immer alles flexibel wieder draufpacken kannst, was du gerne möchtest. Kinder könnte man auch sprechen lassen. Ja, sicher. Hallo Omi, ich bin's. Das wäre zum Beispiel ein Witz und Knaller. Also wir kommen hier, Sie sehen ja, liebe Zuschauer, wir kommen hier ständig von einer auf die nächste Idee. Also man kann richtig damit spielen. Ho, ho, ho. Genau. Am 6. Dezember dann, der Nikolaus kommt oder Krampus. Also alle Möglichkeiten, das ist irre, was uns gerade einfällt, Sie sehen es ja. Und wie gesagt, das ist alles zwölf Minuten bespielt. Zeige ich nochmal die Anschlüsse bitte. Ja, wir haben ganz einfach zu sehen, wir haben hier einfach nur Plus und Minus für den Klingeldraht. Und das ist wie eine normale Klingel eben Hausklingel auch angeschlossen sind. Und hier oben, wo ich jetzt mit meinen beiden Fingern bin, haben wir eben unsere USB-Schnittstelle. Ja, und hier hinten, da ist das Batteriefach. Genau. Und dann haben wir natürlich noch mehrere Möglichkeiten aufzuhängen. Genau, das ist hier für eine Schraube mit einem Dübel an der Wand, dass man das auch sauber aufhängen kann. Also es ist wirklich eine schöne Sache, immer wieder runternehmen, ist flexibel und dann schnell was Neues draufpacken. Das finde ich klasse. Oder wir haben Hunger, 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 Hunger. Also wir haben 1,70 Meter USB-Kabel dabei, was auch bedeutet, dass wenn ich mal schnell was ändern muss mit dem Kabel, ich muss jetzt nicht unbedingt an die Klingel hoch und muss die abnehmen, sondern ich kann mit dem Kabel, ich stecke es rein und kann mit meinem PC unten arbeiten. Ich habe noch eine schöne Idee für Sie zu Hause, wenn Sie die Klingel nach Hause bekommen, sprechen, lassen Sie doch mal drauf sprechen. Und jetzt können Sie bestellen bei Pearl TV. Bestellen Sie jetzt zum besonders günstigen Pearl TV Preis. Einfach unter 0,180, 51, 51, 3 mal die 2. Oder auf www.pearl.tv. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.